Hallo, ich bin der Videospieler und wir spielen weiter Argon, Mysterious Codex. Wir sind jetzt hier im des Professors, des Direktors Zimmer. Ich wollte jetzt hier nochmal in den Mülleimer reingucken und nochmal Granadis. Black Granite Sculpture, Sitting Figure. Das war's doch. Das schreibe ich mir gleich mal auf. 10, 20, 6, 24. Ja, immerhin. Dann gucken wir uns noch ein bisschen hier oben. Zimmer, bevor wir wieder alle die Treppen hochlaufen müssen und hier irgendwas vergessen haben. Was haben wir da oben? Streichelt. Sehr, sehr schön. Dann kann ich meine Lampe anzünden. Jede Menge Bücher, bei denen ich nicht weiß. Okay, da hat es irgendwelche Schmetterlinge. Vielleicht brauche ich das auch, weil das sind ja Schmetterlingskästen. Um, vielleicht kann ich etwas finden. Uh, okay. Hallo? Ich glaube, die Bücher sind interessant. Ich glaube, die Bücher tun nicht viel zur Sache jetzt hier. Zumindest im Moment. Of course. Locked. Oh, das ist oben. Oben. Offen. British Museum Bloomsvallity, Sir, with reference to our conversation of March 4, 1903, I am sending you the information requested by Mr. Eldridge. Let me express hope that you shall be able to awaken his interest in the excavations. Please accept, Sir, the expression of my highest consideration. Dr. Thomas Smith. Urgh. Fröhliche Familie. Seemt like all these papers are useless to me. That's right. Now I take the key back to Swanson. But the door is left open accidentally. Hmm. Let's go downstairs again. To go home? Now that something has finally happened? Oh. Here. I'm sorry. Sure. I'm sorry. So. Hey, Swanson. Will you join me? Certainly not, Swanson. I have some urgent matters to attend to in my office, but I will get back soon. I can promise you that. But in the meantime, don't be shy. Taste this really noble liqueur. Don't worry, Swanson. You can count on my secrecy. Why? I can count on yours, right? Of course, sir. I'm waiting here for you. I can count on my arm. Now it looks pretty, my arm is there. So, I don't know. Let's see. 2001, 2002. When is the figure come? 2003, the 1. October is it, I believe. Sculptures heißt das? Ja, Mensch, ich hab gerade überlegt, was heißt das? Also in D. Okay, ich find das in D. Der ist noch nicht ganz weg. Jetzt hab ich jetzt die ganzen Informationen, die ich brauch für das Formular. Dann gehen wir mal nochmal hoch ins Office, mal wieder. Also ich glaub, es war D. Es war 1. Oktober und Sculptures war dann D. Ich guck nochmal auf den Kompelzettel. Und das hier nicht in Files abgelegt ist, ist... Wenn ich hier schon so einen Menüpunkt habe, wo sowas abgelegt wird, verstehe ich nicht. Träuel. Träuel. Schereifer. Will ich ne. Ja. Okay. So, inventory number is 1, 0, 2, 0, 6, 2, 4, store D. I just need to certify this now. Yeah. Okay. Ah, there's inventory. That's it. Aha. It wasn't as fast as I heard. So. Is that what I'm doing now? Or we? Don't take that away. Hier ist es auch nicht drin. Lass uns es halt mal da liegen. Und hier können wir gucken mehr. Vielleicht so Benjamins Schanzen. Hm, da ist der Schlüssel drin. Ob man das für nachher irgendwann gebraucht? Wenn man das schon anklicken kann? Wahrscheinlich. Und wir laufen runter. Schneich, 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 schneich. Hm. 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 Okay, also muss ich nicht besonders leise sein. Hm. Ah. Hm. Ja. Ja. Hm. Das wissen wir und... Mb wird Main Buildings sein. Black Staircase hängen. Black Staircase hängen ist eher im Schlüsselloch. Hm. Hm. Vielleicht... 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 Da gab es Informationen, Überschlüsse und sonst irgendwas in dem Büchlein. Ja. 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 Le... Liegen story, luck needs to be changed. Vermutlich wird das hier ein neuerer Schlüsse sein. These legacy special glass cabinets keys attached, da sind extra Schlüssel dran. New upper safety log on storage 6 since January. So, fuck, das war A, das ist D, 6, und dann wird alles wieder durcheinander gemischt. Und dann wird alles wieder durcheinander gemischt. I can feel that something still does not work. Let's try again. Nochmal lesen. Ich bin mir bei A, bin ich mir relativ. Dieses Navigieren ist schon ein bisschen... Mrs. E... Ach, das ist Store B. Ah, Moment. Mrs. E... Das... Das ist B, mit den zwei Schlüsseln. Das krieg ich mal hin. Also A, habe ich den... den... New upper safety log. Source C. Ah, das ist C, nicht 6. Also A, der silberne. B, der mit den zwei Schlüsseln. Das ist C mit den... mit den... mit den... einem Schlüssel. Das krieg ich mal hin. Zwei Schlüssel. Ein Schlüssel. Grün. Ein Schlüssel. Ja. Nur dieser russische Schlüssel kann die Schlüssel für die Schlüsseldorf D sein. Ich hätte auch einfach alle mitnehmen können. Das wäre jetzt meine Variante gewesen. Man hat ausprobieren. Ich weiß nicht mehr wie es... Es wird nicht stimmen. B. Und B. D. Na, hier sieht es aber schön aus. Ah. Sieh mal ein an. Ah. Ja. Sieh mal ein an. Ja, wie ist das? This store is a whole labyrinth. No wonder the cleverest lose their way here. Blind alley. Oh, no. Okay, I tried it. Das mildere Boxes, 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 boxes Boxes, boxes, boxes世界 Boxes, 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 pixels Boxes irs ... Also irgendwo muss ich es versehen haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020